Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute Land, heute bin ich wieder für euch in The War Within unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir aus einem Schatz rauskriegen können und zwar haben wir hier Truhe des Adeligen Aufputzes. Und diese Truhe, würde ich sagen, schauen wir uns jetzt als allererstes mal an, die lernen wir. Und dann gucken wir mal, was macht die, stellt eine Truhe mit königlicher Kleidung auf, die ihr und andere anprobieren könnt. Und das machen wir jetzt mal hier, über die Aufstellen, dann können wir da draufklicken. Oh, das sieht ja relativ nice aus, mit Krone sogar. Das hier, sieht nach Anima aus, muss ich sagen. Das hat tatsächlich was. Warte mal. Sieht tatsächlich ganz cool aus. Schauen wir mal, ob das noch was anderes hat. Ach cool, da sind sogar mehrere Outfits drin. Das sieht nach dem von vorhin aus. Ah ja, guck mal, jetzt bin ich ein Untoter. Also es gibt ein paar verschiedene, so wie es aussieht. Man wechselt auch das Volk. Also eigentlich ganz cool. So, wo kriegen wir die jetzt her? Ja, und zwar, wir sind einmal in den schallernden Tiefen. Dann sind wir hier auf den Koordinaten 51, 52. Und hier ist hinter einem Wasserfall. Warte mal, ich kann auch einen Ticken nochmal rausfliegen. Also ihr seht hier mal den Flusslauf. Und dann ist da ein Wasserfall. Und hier drinnen sind ein Haufen Schatzkisten. Und hier hinten, die habe ich gerade aufgemacht, ist quasi ein großer Schatz. Der ist auch für das Zonen-Eachievement. Und Ziel ist es quasi, alle Schatzkisten hier aufzumachen, bis ihr den Schlüssel habt. Und dann könnt ihr die große Kiste aufmachen. Und da ist dann halt das Toy drin. Ich bin an der gestorben. Da liegt auch meine Leiche noch. Die ist irgendwie hochgegangen. Also da weiß ich nicht, ob man da am besten ein bisschen aufpasst. Aber der Geisterheiler ist nicht weit quasi hier entfernt. Genau, also einfach ganzen Kisten aufmachen, Schlüssel looten und dann die große Kiste quasi öffnen. Und ja, dann kriegt ihr das Toy und habt hier eine Möglichkeit, echt ein ganz gut, ein ganz nettes Timok zu kriegen. Und das Ganze hält 10 Minuten. Die Kiste hat was für eine Abklingzeit. Uh, der hat eine Stunde Abklingzeit. Ah, okay. Also das kriegt, könnt ihr nicht aufrechterhalten, aber zumindest für ein Weilchen. Juti, das war's mit dem kleinen Toy-Guard. Hat mich gefällt, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.